Wussten Sie, dass es Lebensmittel gibt, die Krebs auf Ihrem Teller absolut nicht sehen möchte? Genau, ganze 16 Stück. Sind Sie bereit, mehr zu erfahren? Diese Infos könnten Ihre Ernährung komplett umkrempeln. Also, legen wir los. Nummer 1 auf der Liste. Brokkoli. Klar, Sie wissen, dass er gesund ist, aber hier kommt der Knaller. Brokkoli hat eine Geheimwaffe namens Sulforafan. Diese Verbindung ist ein echter Bodyguard für Ihre Zellen. Sie spürt Krebszellen auf und erledigt sie. Ohne Ihre gesunden Zellen zu gefährden. Klingt wie Science Fiction, oder? Doch es gibt einen Haken. Damit Sulforafan seine volle Power entfalten kann, reicht es nicht, den Brokkoli einfach in den Topf zu werfen. Es gibt einen simplen Trick, der das Ganze auf ein neues Level hebt. Bleiben Sie dran. Das verrate ich Ihnen gleich. Aber bevor wir weitermachen, schauen wir uns ein weiteres Antikrebsass an. Sie haben es garantiert in der Küche, aber nutzen es vielleicht nicht optimal. Es ist vielseitig, lecker und ein echter Allrounder im Kampf gegen Krebs. Neugierig? Hier kommt's. Knoblauch. Diese kleine Knolle ist eine Geheimwaffe, die in fast jeder Küche lauert. Vollgepackt mit Alicine blockiert Knoblauch die Prozesse, die Krebszellen gedeihen lassen. Gleichzeitig pimpt er Ihr Immunsystem, quasi ein unsichtbarer Bodyguard in Ihrer Ernährung. Noch ein Insider-Tipp. Zerdrücken Sie den Knoblauch und lassen Sie ihn 10 Minuten ruhen, bevor Sie ihn verwenden. Das macht ihn zu einem Superhelden für Ihre Gesundheit. Wie oft haben Sie Knoblauch schon genutzt, ohne diesen Power-Move zu kennen? Also ab jetzt drücken, warten, nutzen. Und ja, ich weiß, die Frage brennt Ihnen auf der Zunge, ist roher Knoblauch besser als gekochter? Bleiben Sie dran, wir kommen gleich darauf zurück. Aber zuerst geht's zu einem weiteren Favoriten im Antikrebs-Team. Dieses Gewürz ist nicht nur lecker, sondern ein uralter Joker im Spiel gegen Krankheiten. Kurkuma. Das leuchtend gelbe Pulver aus der indischen Küche hat's in sich. Sein Zaubertrank heißt Curcumin, eine der stärksten natürlichen Entzündungshemmer überhaupt. Es blockiert die Entwicklung von Krebszellen und kann das Wachstum von Tumoren bremsen. Aber Achtung, Curcuma braucht einen Wingman, um wirklich loszulegen. Hier kommt schwarzer Pfeffer ins Spiel. Schon eine Prise davon und die Wirkung von Curcumin explodiert. Im positiven Sinne, natürlich. Stellen Sie sich vor, Curcuma und Pfeffer sind das Dream-Team in Ihrem Körper. Echte Superhelden, die ihre Abwehrkräfte boosten und sogar dabei helfen, das Krebsrisiko zu senken. Curcuma ist kein langweiliges Gewürz aus dem Küchenregal. Wissenschaftler haben entdeckt, dass es nicht nur schützt, sondern das Wachstum von Krebszellen in Schach halten kann. Und das Beste? Es passt überall rein. In Detox-Säfte, Tee oder ein himmlisches Curry. Einfach, oder? Brokkoli, Knoblauch und Curcuma. Was haben die gemeinsam? Sie sind wahre Kraftpakete. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Die Wissenschaft bestätigt es. Studien von Spitzeninstituten wie der Harvard Medical School zeigen, dass eine Ernährung voller dieser Lebensmittel das Krebsrisiko drastisch senken kann. Rote Früchte wie Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren sind übrigens auch auf der Liste. Sie strotzen vor Antioxidantien, sogenannten Anthocyanen, die gefährliche freie Radikale bekämpfen. Eine Untersuchung hat gezeigt, wer regelmäßig diese Früchte nascht, kann das Risiko für Speiseröhren und Mundkrebs um satte 40% verringern. Beeindruckend, oder? Schauen wir uns die mediterrane Küche an. Reich an Olivenöl, Nüssen und Hülsenfrüchten. Menschen, die diese Diät lieben, haben deutlich seltener Krebs, besonders im Darmbereich. Warum? Diese Kombination aus Antioxidantien, Ballaststoffen und guten Fetten lässt Tumoren keine Chance. Barbara O'Neill, eine Expertin für gesunde Ernährung, hat mit solchen Tipps tausenden geholfen, ihr Leben positiv zu verändern. Ihre Patienten schwärmen von den Ergebnissen. Das zeigt, wie kraftvoll unsere Essensentscheidungen sein können. Ein weiteres Beispiel? Die Ornish-Diät, ein Favorit unter Krebspatienten. Sie setzt auf genau die Lebensmittel, die wir hier besprechen. Viele berichten von enormen Fortschritten bei der Prävention und sogar im Kampf gegen frühe Tumore. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kriege ich das alles in meinen Alltag? Keine Sorge, es ist einfacher als Sie denken. Theorie bringt nichts, wenn die Praxis fehlt. Die Power steckt darin, diese Lebensmittel in Ihre tägliche Routine einzubauen. Starten wir mit dem Frühstück. Ein Smoothie aus Erdbeeren und Blaubeeren, verfeinert mit einem Löffel Leinsamen, ist der perfekte Energieschub am Morgen. Warum Leinsamen? Sie enthalten Lignane, die helfen, hormonbedingte Krebsarten wie Brustkrebs zu bekämpfen. Außerdem sind sie voll mit Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen reduzieren. Noch ein Tipp, eine Handvoll Spinat reinmixen. Dieses Gemüse ist eine wahre Nährstoffbombe, die Ihr Immunsystem auf Hochtouren bringt. Und keine Sorge, der Spinat bleibt geschmacklich undercover. Fazit. Gesund, lecker, unschlagbar. Mischen Sie eine bunte Auswahl an grünen Blättern wie Spinat, Rucola und Brunnenkresse. Diese kleinen Power-Pakete sind vollgepackt mit Chlorophyll und Antioxidantien, die Ihren Körper beim Entgiften unterstützen und Ihre Zellen wie Bodyguards schützen. Krönen Sie den Salat mit einem Schuss nativem Olivenöl extra, ein entzündungshemmendes Wunderöl, das Ihren Salat nicht nur geschmacklich aufpeppt, sondern Sie auch fit hält. Und abends? Ein dampfender Gemüseeintopf mit Kurkuma und Ingwer, verfeinert mit einer Prise schwarzem Pfeffer, um die Wirkung des Kurkumins aufs Maximum zu pushen. Dieses Gericht ist nicht nur easy und lecker, sondern wirkt wie eine kleine Armee gegen Krebs. Der Clou? Diese Lebensmittel wirken nur dann richtig, wenn Sie regelmäßig auf Ihrem Teller landen und nicht bloß gelegentlich vorbeischauen. Kleine, schlaue Änderungen im Alltag können Großes bewirken. Langfristig, versteht sich. Also, machen Sie Superfoods zu Ihrem treuen Begleiter. Und falls Sie sich fragen, wie Sie diese Power-Zutaten noch effektiver kombinieren können, es gibt einfache Tricks, um die Wirkung auf die nächste Stufe zu bringen. Nüsse und Samen sind wahre Helden im Miniaturformat. Sie stecken voller Selen, einem Mineral, das ihre DNA repariert, wenn Schadstoffe anklopfen. Wie ein unsichtbarer Schutzschild verhindert es Zellmutationen, die Krebs auslösen könnten. Und das Beste? Schon ein paar Nüsse pro Tag reichen, um langfristig zu profitieren. Je früher Sie damit anfangen, desto besser. Prävention ist kein Projekt für später. Auch Tomaten haben echte Superkräfte. Lykopin, ein Antioxidant in ihnen, ist wie ein Panzer für ihre Zellen, besonders gegen Prostatakrebs. Der Trick? Gekocht entfalten Tomaten ihre volle Magie. Eine hausgemachte Tomatensauce oder eine einfache Suppe macht nicht nur satt, sondern schenkt ihnen auch eine Extraportion Schutz. Also, ran an den Kochtopf. Je früher, desto stärker der Effekt. Karotten? Die gehören definitiv in den Krebsabwehrkorb. Mit ihrem Beta-Carotin schützen sie ihre Zellen vor Angriffen durch oxidativen Stress. Eine Hauptursache für Krebs. Regelmäßig verzehrt stärken sie ihre körpereigene Abwehr. Aber Vorsicht! Zu viel des Guten kann nach hinten losgehen. Bleiben sie auf Kurs und ihre Gesundheit dankt es ihnen. Wollen sie noch eins draufsetzen? Grüner Tee ist ihr Joker. Randvoll mit Katechinen, die wie gezielte Raketen gegen Krebszellen wirken. Aber hier kommt der Twist. Die Ziehzeit macht den Unterschied. Lassen sie ihn etwas länger ziehen und sie holen das volle Potenzial aus jeder Tasse. Kurz gesagt, Tee schlürfen, aber clever. Jede Tasse, die sie genießen, könnte zum unsichtbaren Schutzschild für ihren Körper werden. Lassen sie uns über ein berühmtes, aber oft unterschätztes Wundermittel sprechen. Ingwer. Neben seinen kraftvollen entzündungshemmenden Eigenschaften ist er ein echter Krebsgegner, da er das Wachstum schädlicher Zellen hemmt. Und jetzt kommt der Clou. Kombinieren sie ihn mit grünem Tee oder Säften und sie zaubern eine Mischung, die nicht nur Entzündungen bekämpft, sondern auch ihr Immunsystem stehlt. Wie steht es mit Olivenöl? Dieses flüssige Gold ist ein Albtraum für Krebszellen. Vollgepackt mit Polyphenolen, bekämpft es Entzündungen und schafft eine Umgebung, in der Tumorzellen keine Chance haben. Ein kleiner Tipp. Verwenden Sie immer natives Olivenöl extra, am besten ungekocht, auf Salaten oder zum Abrunden von Speisen. So machen kleine tägliche Entscheidungen einen riesigen Unterschied. Und jetzt mal ehrlich, wer liebt es nicht süß und gleichzeitig gesund? Trauben und Rotwein sind da ihre besten Freunde. In der Schale steckt Resveratrol, ein mächtiges Antioxidant mit krebshemmender Wirkung. Doch Achtung, ein Glas Rotwein in Ehren kann Wunder wirken. Aber übertreiben Sie es nicht. Die Devise lautet Maß halten. Granathäpfel verdienen ebenfalls einen Platz in Ihrer Küche. Ihr Saft ist randvoll mit Antioxidantien, die insbesondere Brust- und Prostatakrebs in Schach halten können. Und das Beste? Sie stärken Ihre Gesundheit auf köstliche Art. Vergessen wir nicht die unscheinbaren Helden des Alltags. Bohnen und Hülsenfrüchte. Sie sind vollgepackt mit Ballaststoffen und Antioxidantien, die Ihren Körper von Giftstoffen befreien und Darmkrebs vorbeugen. Günstig, vielseitig und unschlagbar, wenn es um Gesundheit geht. Und die Zwiebel? Nicht zu unterschätzen. Reich an Quercetin hilft Sie Ihrem Körper, sich zu entgiften und bremst das Wachstum von Krebszellen. So einfach und doch so kraftvoll, wie eine Wunderwaffe auf Ihrem Teller. Mit diesen 16 Lebensmitteln in Ihrem Arsenal wird klar, Ihre Gesundheit liegt buchstäblich auf Ihrem Teller. Jede Mahlzeit kann Ihr Immunsystem stärken oder schwächen. Diese Zutaten sind mehr als nur Essen. Sie sind Ihre persönlichen Bodyguards. Ob Brokkoli, Knoblauch oder Kurkuma, kleine Veränderungen im Alltag können Großes bewirken. Es geht nicht darum, alles auf einmal umzukrempeln. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in kleinen, konsequenten Schritten, die Ihre Vitalität langfristig steigern. Wenn Sie neugierig auf weitere Geheimnisse einer gesunden Ernährung sind, dann abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke. Warum warten? Ihre Reise in ein gesünderes, energiegeladenes Leben beginnt genau jetzt.